Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Elektrotechnik-Rezepte. Heute mit drei Beispielen zu kombinierten Parallel- und Serienschaltungen von Widerständen. Hier im ersten Beispiel soll bezüglich der Klemmen A und B der Gesamtwiderstand ermittelt werden. Dazu verschieben wir erst einmal diese beiden Widerstände hier, den einen nach links, den anderen nach rechts unten. Die beiden Klemmen ziehen wir nach oben, dann wird das Ganze etwas übersichtlicher. Jeweils diese beiden Widerstände liegen parallel zueinander und werden deshalb zu jeweils 15 Ohm zusammengefasst. Jetzt ziehen wir die Klemmen A und B hier noch einmal auseinander und erkennen jetzt, dass wir eine Serienschaltung von 2 mal 15 Ohm vorliegen haben. Als Gesamtwiderstand bekommen wir deshalb 30 Ohm, also 15 Ohm plus 15 Ohm. Hier unser nächstes Beispiel. Diese beiden Widerstände liegen parallel zueinander und ergeben also 15 Ohm. Diese 15 Ohm liegen in Serie mit diesen 5 Ohm, macht also 20 Ohm. Hier malen wir die Schaltung nochmal auf und sehen jetzt, dass diese beiden Widerstände parallel zueinander liegen. 5 Ohm parallel 20 Ohm ergibt 4 Ohm. Nochmal neu hingezeichnet erkennt man jetzt eine Serienschaltung aus 4 Ohm und 10 Ohm und das ergibt einen Gesamtwiderstand von 14 Ohm. Hier nun unser drittes und letztes Beispiel. Alle Widerstände haben den Wert R und bezüglich der Klemmen A und B soll der Gesamtwiderstand bestimmt werden. Das sind die beiden Klemmen hier ganz links. Die beiden R in diesem Zweig liegen in Serie, weil der Strom, hier in marot mit dem Pfeil gekennzeichnet, durch diese beiden Widerstände fließt. Macht zusammengefasst also 2R. Diese beiden R liegen auch parallel, macht also ein Halb R, also halb so groß wie der jeweilige Einzelwiderstand. Es macht jetzt nochmal Sinn, die Schaltung nochmal neu aufzumalen. Hier die beiden liegen parallel zueinander, ergibt zusammengefasst 2 Drittel R. So, fast fertig, die Schaltung nochmal schnell neu hingezeichnet und dabei erkennen wir, dass diese drei Widerstände in Serie liegen. Und wenn man die alle drei addiert, bekommen wir insgesamt 13 Sechstel R. Und das ist der gesuchte Gesamtwiderstand bezüglich der Klemmen A und B. So, das war's mal wieder bei Elektrotechnikrezepte. Ich hoffe, ich konnte euch etwas damit behilflich sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese doch einfach unten in die Infobox. Tschüss, bis zum nächsten Mal.